Jo, wunderschönen guten Abend bei meiner Sprung, ich bin Fritzak. Roni ist hier am Start und ja, endlich kann ich auch mal auf CSGO Magic aufnehmen. Ja, freue ich mich natürlich. Heute ist auch Weihnachten und deswegen wird es auch nachher ein fettes Göbel für euch geben. Ich hoffe, wir schaffen auch mal wieder 1000 Likes, das wäre auf jeden Fall nice. Hier wird es auf jeden Fall ordentlich ein leckeres Item droppen, vielleicht das zweitbeste Item, wo ich habe oder das beste Item, je nachdem wie es läuft. Wir gucken mal. Auf jeden Fall wird es heute was absolut leckeres kriegen geben und auf jeden Fall kann es auch sein, dass wir mehrere Göbeles machen, dass der ein oder andere mehr gewinnen kann von euch. Das wäre natürlich nice, vielleicht so fünf Leute, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ach, ich überlege es mir während dem Video. Mit dabei haben wir den Onze. Genau, hallo. So, ähm, ihr kennt das ja bestimmt schon von den einen oder anderen YouTubern, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir das jetzt mal probieren. Kann man hier auch zwei Sachen reinmachen? Ja, Tatsache, cool. Ich kann hier auch drei Sachen reinmachen. Also probieren wir das mal mit knackigen 7 Dollar und wir werden Auto Cash auch bei 5, oder? Wollen wir mal 5 probieren jetzt am Anfang. Da drücken wir hier mal auf den Zauberstab. 5 sind mal drin. Sounds gibt es hier noch keine. Das wäre natürlich schön. Würden die mal Sounds hier hinzufügen. Ich finde es hier halt extrem geil. Ihr werdet es gleich sehen. Wir haben hier drei Skins drin und wir sehen direkt, was für Skins wir rausgehen können. Ja, es sind nicht dumme Kacke. Ich wollte sagen, es sind nicht dumme Coins, weil Coins finde ich immer so ein bisschen lame, muss ich sagen. Ja, aber hier ist es einfach richtig krass. Hast du schon mal gesehen? Ja, tatsächlich. Habe ich schon mal gesehen. Ist einfach echt geil. Ach, Mann. Ey, es gibt es nicht. Jetzt muss doch noch hochgehen. Auch, wenn halt manchmal so kleine Filme-Items dabei sind, aber brauchen die halt, um die Beträge sozusagen aufzufüllen. Ja, aber das finde ich echt toll. Echt einfach viel, viel geiler als mit irgendeinem. Oh, guck mal, hier gehen noch irgendwelche mit einem Knife rein und die sehen dann auch direkt. Ja, guck mal, guck mal, die gehen halt immer hier ganz früh raus. Ja, die tun so Snipes und ein bisschen upgraden. Oh, komm, wir sind auch schon bei Messern. Wir sind auch schon bei Messern. Mal 5, Alter. Das wäre jetzt einfach überkrank. Nein. Das wäre was echt leckeres gewesen. Wir haben noch ein paar Versuche. Ja, natürlich wird weitergemacht. Wir wollen hier fette Items haben. Ich will hier nachher ein fettes Gehirn rauskloppen können. Und ja, es war vor, kurz bevor wir angefangen haben, war es sogar oft bei Mal 5. Oh, überleg mal, wir hätten das Video 4 Rolls vorher angefangen. Jetzt kam es halt auch zu 5, Mann. Oh, wir sind schon, ah, wieder bei 2, Mann. Das gibt es nicht. Die hätten halt schon ein paar Mal bekommen hier. Natürlich sind das jetzt hier noch Kackmesser, die uns da angezeigt werden. Aber hätten wir ein bisschen früher angefangen, hätten wir 1, 2, 3 mal 5 schon mitgenommen. Ja, aber danach wäre halt nochmal eine Dorfstrecke gewesen. Danach wäre die Dorfstrecke gewesen. Vielleicht wird es jetzt besser. Das wäre schön. Ey, war 1,37. Scheiße, jetzt geht die Kohle aber langsam schwinden, muss ich sagen, ja. Geht es hier langsam down. Wir dürfen keinen Roll verpassen, aber wenn jetzt irgendwann mal 5 kommt, dann sind wir echt. Dann ist vorbei. Dann sind wir echt im Arsch, äh. Also, wenn wir jetzt mal 5 treffen würden, hätten wir auf jeden Fall noch Plus, ja. Beim nächsten Item wären wir schon beim ausgeglichenen. Mit 500 Dollar haben wir angefangen. 384 haben wir jetzt noch. Wir sind ja schon wieder beim Messer, mal 2. Langweilig, hab mir jetzt schon 2 Mal. Wir wollen jetzt. Ey, das gibt es nicht, Mann. Wieder so low, ey. Ich sag's dir. Das muss das aber irgendwann mal klappen. Bitte. Ja, vielleicht soll ich sie höher gehen. Jetzt noch mal 10, oder so. Echt? Ja, das macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir nicht mal 5 schaffen. Wenn wir nicht mal 5 schaffen, direkt auch mal 10. Ja, also, weil 2 wäre jetzt öfters gekommen. Ist natürlich auch Risky mal 5. Aber wir wollen Lens kriege. Ja, muss halt mal irgendwann kommen, ja. Ja, wären halt 150 Dollar. Wäre nicht verkehrt. Ja, aber wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann, äh, 93, Mann. Jetzt wurde es langsam auch richtig schnell. Kacke. Wir sind jetzt auf jeden Fall, wenn wir es jetzt, ja, wir sind auf jeden Fall im Minus, auch wenn wir es jetzt schaffen. Ja, ja, kommt gleich. Gleich geht's los. Sind wir auf jeden Fall noch im, ja, wann? Wann sagst du, wann geht's los? Gleich. Gleich. Ah, come on. Begin Upgrade. Komm, ey, ich kann dir nicht alles verzocken. Wir wollen hier ein lecker Giveaway raus droppen, auf jeden Fall. Bitte, äh, jetzt geh hoch. Der Chris, der tut hier auf jeden Fall schon ein bisschen massieren. Ja, ja. Er tut die, äh, er tut die Linie hier, äh, schön massieren. Mit Happy End auch. Du hast doch kaum versprochen Linie. Du kriegst ein Happy End vom Chris. Nein, nicht von mir. Doch, mit Happy End. Mach keinen Scheiß jetzt. Wir sind bei 3,50. Ganz sicher gibt's ein Happy End. Komm, vier. Jetzt ist, wir sind so knapp dran. Komm, bitte. Ja, endlich mal gekriegt. Ich hab gelogen. Ein Flipkline-Fade. Leckerer Skin. Aber auch, aber auch genau danach. Und ne Cent. Und ne Cent, Dün. Als ich gesagt hab, ist gelogen. Nein. Wir müssen raus. Ich hab aus Versehen. Geh raus, geh raus, geh raus. Boah. Ich hab aus Versehen. Lol, jetzt wurde das eingetauscht in ein Item. Ey, kacke, das wollte ich gar nicht. Das war da vielleicht Lorter. Ich wollte das aber auch nicht mit reinpacken. Das war automatisch, weil ich es gewonnen hab mit ausgewählt. Ah, müssen wir nachher vielleicht nochmal riskieren. Oh fuck, wäre ich drin geblieben auf mal 5, oder? Ja, wahrscheinlich, alter. Oh, puh, 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 puh. Ich glaub, wir setzen jetzt mal ein paar Sachen raus. Ich hol mir was zum Trinken. Also, ich glaub, wir setzen jetzt mal 5 Worlds aus und dann machen wir es nochmal weiter. Wir müssen hier mit ein bisschen Taktik rangehen. Ich brauch hier geile Items zum Kippe-Ban. Wir sehen uns gleich wieder. So, Mates, wir probieren es grad nochmal. Ich hab jetzt nicht so mehr erfüllt, deswegen gehen wir mal auf mal 2 Auto Cashouts. Wir sind drin hier. Es war ja einfach die übelste Siegessträhne, sozusagen. 500 war hoch, 4,96 war hoch, 5, 2,5. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass die Siegessträhne jetzt so weitergeht. Und wir sollten es auch gleich geschafft haben. Komm, Geschwaltig ist mal 2. Jawoll, das haben wir mit eingesahnt. Haben wir auf jeden Fall ein Pfeilchenmesser. Okay, das ist nice. Kommen wir mal Entselecten. Heilige Scheiße, das Kletter ist hier schon wieder so hoch. Eieieiei. Hättest du keine Pause gemacht? Hättest du... Okay. Ja, man weiß es nicht. Ich glaub, man hätt sich mehr geärgert über die 4,9 und 4,4, als über die 2 Wins, nur mal 5. Ja, das wären echt nur 2 Wins gewesen und 2 Wins hat man sich brutal geärgert. Wir machen das hier ein bisschen geschmeidiger weiter. Und machen nachher auf jeden Fall noch einen dicken Upgrade, weil das... Ah, fuck. Haaaah... Ja, aber denkst du, jetzt ist es hier knackig? Komm, man, jetzt hier noch auf mal 2. Ja. Also dieses Butterfly Knife, das will ich auf jeden Fall noch upgraden, weil das gefällt mir einfach nicht. Da fand ich das Flipped My Fate Forever schon echt viel besser. Muss ich sagen, das gefällt mir einfach nicht, weil das viel testet ist. Ja, weil das jetzt minimale Gebrauchspur... Ja, macht es auch nicht viel besser. Butterfly Knife im Allgemeinen finde ich nicht so gut. Sieht ein bisschen aus. Jawoll, das haben wir drin. Oh Gott, es wird ja immer schlimmer. Es wird ja echt immer schlimmer hier mit den Sachen. Aber irgendwann muss es halt mal früh crashen, oder? Ja, es muss sozusagen wieder crashen. Ich glaube, wir machen noch mal ein kleines Päuschen. Ja, ich will hier auf jeden Fall alles geben für eure Giveaways. Deswegen wird hier heute mit Bedacht gegambelt, dass wir auch ordentlich was raushauen können. Ja, deswegen machen wir noch mal ein Päuschen. Die Aufnahme dauert jetzt wahrscheinlich halt... Dauert jetzt aktuell schon eine Viertelstunde, obwohl wir jetzt erst ein paar Upgrades gemacht haben im Video. Da sind natürlich alles zusammengeschnitten. Aber wir lassen uns heute Zeit. Wir wollen was Tickets. Freunde der Sonne, wenn das Video online kommt, könnt ihr nur noch ein Paket aufmachen. Wir haben ein Ticket bekommen. Das ist natürlich nicht so nice. Müssen wir morgen mal gucken. Oh doch! Ah ne, das können wir erst morgen aufmachen. Wir haben jetzt den Adventskalender hier leider verpasst. Aber könnt ihr auf jeden Fall auch euer Glück probieren morgen mal. Oh Gott, es geht schon wieder so hoch. Ich dachte jetzt eigentlich, es crasht ein paar Mal. Ah, komm, wir probieren es jetzt nochmal, oder? Auf welche Zahl? Drei oder zwei? Zwei. Okay, wir probieren es nochmal mit zwei. Jetzt lass mich nicht hängen. Ey, hätten wir einfach mal die ganze Zeit mal zwei gemacht. Komm, jetzt das da. Mal zwei? Oha. Ne, komm, wir gucken einfach. Wir gucken, wann uns ein Item gefällt und das nehmen wir dann. Bitte nicht früh crashen jetzt. Nein, das gibt es nicht, Mann! Äh, genau jetzt bei 1,05. Es kann nicht wahr sein. Fuck, fuck, fuck. Den nächsten Roll warten wir noch ab und dann gehen wir nachher rein. Oh je, wirklich? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir probieren es. Wir lassen es heute mal krachen. Wir probieren jetzt, oder? Mal zwei oder mal drei? Mal fünf, Alter. Mal fünf? Mal fünf. Junge, das sind 200 Dollar. Wie rastet es aus? Das wäre 1.000 Dollar. Junge. Das wäre 1.000 Dollar. Komm, bitte. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Nur einmal Glück haben. Bitte einmal Glück haben. Komm schon. Es ist nicht mal für mich. Es geht ein Großteil. Wird rausgehen an die Community. Komm, 1.000 Dollar haben. Oh mein Gott. Meine Eier. Die werden voll schwitzig, Jungs. Oh Gott. Die Eier schwitzen. Was sind das für leckere Sachen? Grimpsen. Ah, mit Baby Doosa. Wir sind bei ihm. Dragon Law. Dragon Law. Dragon Law. Karabit. Oh mein Gott. Ich flipp aus. Nein. Es kann nicht sein. Alter. Es kann nicht sein. Wir waren bei der. Oh. Es war einfach so fucking knapp. Die 6, Alter. Wir waren bei der Dragon Law. Bei 4.6 gecrashed. Ey. Es gibt es nicht, Alter. Ey. Es kann. Ey. Wir haben ABP Medusa vorbeifliegen sehen. Wir haben Dragon Laws vorbeifliegen sehen. Ey. Es kann nicht sein. Scheiße. Jungs. Scheiße. 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 Auweia. Weia. Komm. Wir machen auf jeden Fall ein Go away. Ihr könnt euch. Mir ist eigentlich egal, was für ein Item. Ihr könnt euch ein Item aussuchen für derjenige, der gewinnt. Wir machen 4 Gewinner. Pass auf. Wir machen das. Oder 2 Gewinner. Ne. Komm. Wir machen 4 Gewinner. Also auf jeden Fall 4 Leute happy. Und die dürfen sich jeweils ein Skin für 50 Euro aussuchen. Mir ist eigentlich egal, was für ein Skin. Wir können einfach sagen. Ja. 50 Euro. Ob ihr jetzt hier eine ABP Asimov in Field testet wollt. Und dann noch vielleicht eine Kill Confirmed dazu. Das passt ungefähr preislich. Ob das jetzt 55 Euro sind, ist mir eigentlich nachher im Endeffekt natürlich auch egal. Gönne ich euch. Können 4 Leute gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich relativ easy. Lasst einen Daumen nach oben nach. Das wäre nice. Mitleidsdaumen muss da sein. Wir hätten es fast an die 1000 Dollar geschafft. Und schreibt irgendwas christliches. Beziehungsweise weihnachtliches in die Kommentare. Vielleicht ein Weihnachtsgedicht. Oder irgendwas schönes. Wo ich mich freue, dass wenn ich es auslos. Dass die Person etwas nettes geschrieben hat. Ja. Schaut bei einem Chris vorbei. Es war traurig. Es war wirklich wirklich traurig. Die Medusa und Felgen sind vorbeigeflogen. Ey. So knapp. Alter. Ist halt echt krass. Okay. Gut. In diesem Sinne. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Vor allem auch euren Familien. Habt viel Spaß. Tut die Zeit wertschätzen. Und ärgert euch nicht drüber. Dass ihr wieder irgendwo zum Essen müsst. Und so. Es ist eigentlich was schönes. Ja. Ich sag du Spiderman. Und ho ho ho. Zum Onze. Ja. Ich denke auch was der Crony alles gesagt hat. Also haut rein. Ja. Ja.